das kann man auf jeden fall irgendwo reinstecken so haben ist hier was neues aufgegangen auf jeden fall ähnliches spiel wie das hier wo man räume verlassen muss und rätsel lösen muss ist einfach noch mit einer story verbunden erschreckt man sich denn da beziehungsweise ist das gruselig also um gruselig zu definieren ich finde das ja schon ein bisschen gruselig ich mag diese abrupten schnitte nicht irgendwie okay ja ich habe das eben habe ich irgendwie so im augenwinkel gesehen dass es irgendwie sowas geben soll was das hier überhaupt ach so das ist da oben aus dem ding was das fucking schlüssel ja hier ronva Moment. Ja, in the room muss man einfach nur Rätsel lösen. Rätselrösen. Dann noch einen Brief. Also einen neuen Raum haben wir nicht bekommen. Bin ja jetzt schon wieder dezent überfordert. Ich hab drei Sachen und ich weiß nicht wohin damit. Oh! Ah! Moment. Ich brauch ne Kugel, ne? Okay. Okay. Jetzt hab ich ne Kugel. Ähm. Da lang? Ne. Das ist falsch. Das ist falsch. Das hier? Ne, ist auch falsch. War ja klar. Habt ihr den Ton? Was ist hier eigentlich gruselig? Ich find die Atmo irgendwie gruselig. Und äh. Ja, halt wenn man Rätsel löst, das dann so... Grusel sequenzen in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wie Sint das schon geschrieben hat. Hm. Ein Wachs... Ding ist Schreibgerät oder Abspielgerät. Man weiß es nicht. Abspiel wahrscheinlich, oder? Ein unbeschriebener Wachszylinder. Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich zurück. Und da unten stand auch noch eine. Ein Schreibgerät oder ein Abspielgerät. Ja. Da ist aber auch einer drin. Ha. Moment, hier passt das Buch hin. Ha. Yes. Was? Ein Aufzug? Hm. Ich will nicht mit dem Aufzug fahren. Ich will da nicht lang gehen. Das ist... Ich hab immer Schiss, dass da direkt einer steht irgendwo. So. Da ist was zu lesen. Ich freu mich. Ich wusste, du würdest mich nicht enttäuschen. Du bist ein würdiger Lehrling. Und nun stehst du an der... Moment. Nun stehst du an der Schwelle des größten Augenblicks der Menschheit. Ich habe dich nicht bloß hergebracht, auf das du stiller Zeuge meiner Leistung seist. Du hast eine Rolle. Eine viel wichtigere Rolle, als du es dir jemals ausmalen kannst. Ohne deinen entscheidenden Beitrag hätte ich jeden Durchbruch, vor dem wir gemeinsam stehen, niemals schaffen können. Der Meister. Okay. Oh! Ein Schraubendreher. Da müssen wir erstmal wahrscheinlich wieder Strom machen, ne? Kann man sich das hier angucken? Ne. Soweit wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Hm. Jusch. Dann fangen wir hier mal an. Ich würde mal sagen, wir schieben einfach mal wieder wild rum. Profi. So. Oh, guck mal, Titten. So, ist hier noch irgendwas? Liegt hier noch irgendein Teppich zum Beispiel? Okay, dann können wir jetzt hier dran rumfummeln. Oder? Ja. So, und da müssen wir dann... Teil der Maschine fehlt offenbar. Toll. Kann ich mir nicht einfach eins von dem anderen ausbauen? Die anderen brauche ich ja sowieso nicht mehr. Das da. Nee. Das ist so klein. Baum freidig. Muss ich jetzt echt noch in einen anderen Raum gehen? Ich find' hier doch nie wieder. Ah, guck mal. Okay, gut, haben wir Glück gehabt? Moment, der Schlüssel gibt es hier nicht. Ich bin so klug, K-L-U-K, warum ist die leer? Ah, guck mal. Okay, der geht bestimmt hier drüben hin. Ich habe gesehen, dass da Blut dran war oder irgendwas. Okay. Okay.